Energie und Klimapolitik der Öffentlichkeit anschaulich zu vermitteln ist schwierig. Davon kann auch die Stadt Basel ein Lied singen. Da der Erfolg klassischer Führungen überschaubar war, wurde ein neuer Weg eingeschlagen. Zehnmal pro Jahr finden öffentliche, geführte Touren zur Vision der 2000 Watt Gesellschaft statt. In ganz besonderem Setting. In einzigartigen Logen fährt man auf einem mit Solarstrom betriebenen Boot am Rhein an der schönen Kulisse der Stadt vorbei und lernt die wesentlichsten Errungenschaften kennen. Genuss wird mit reichhaltiger Information kombiniert. Dadurch entsteht ein positives Erlebnis, das in Erinnerung bleibt. Das Ziel des Stadtmarketings? Basel ist derzeit bekannt für seine Museen, den Zoo, als Messestadt und Pharma-Standort. Zukünftig soll Basel auch als Pionier im Bereich Energie wahrgenommen werden.